Alle Frauen in deiner Familie sind Nub! Es ist, dass es ein Battlecry kommt aus unserer Bedrohung an der Nacht. Das ist wegen mir. Es gibt Glash Shards in Ihren Lubrikant. Die B***hs heute wollen die Virgen bleiben. Zwei Optionen. Ass oder Mouth, little girl? Während ich deine Teete aus, du wirst du wie ein C***. Provokationen gehören in der Rapperszene quasi zum Geschäftsmodell. Sie verherrlichen sexuelle Gewalt gegen Frauen. Wir sprechen hier über die Kampagne Hashtag Un-Hate-Women. Nachdem eine Unterstützerin das Video auf Instagram teilt und den 37-Jährigen markiert, setzt er tatsächlich ein Kopfgeld auf die junge Frau aus. Wer die Nutte ranbringt, 2000 Euro. Jetzt distanziert sich sogar die Rappszene von Flair. Der Jesus-Song ist heute auf den Index gesetzt worden. Diese Spirale gilt es zu durchbrechen. Denn aus Worten werden Taten. Sinn und Weise auf informaçãos Zudfeld bei mir. was ich gewohnt. Und wir schauen jetzt an, die Säge 100-Jährige auf die Säge 100-Jährige, die Säge 100-Jährige, Untertitelung des ZDF, 2020